und willkommen zurück zu let's play zombie army in der letzten stimmung haben gerade den dicken besiegt und immer noch das versuch nach dem schädel schlüsse und diese frau schon finden fast perfekt das war ich mal einfach jetzt komente landen geht rauf und ist irgendwo ein nest oder was der hat das mit kopf nicht nur böse blöder bastard schneller durch aber das macht die fehler jetzt jedes mal neu sollte das ja wieso ist auch anders sein naja ich habe meine krisse munitionen stehen das ist auch schön da wird es sein nie nie aber können mich einfach in ruhe lassen was sagt ihr ich du euch nicht ich du euch nicht also ein faires angebot ich habe keine begegnung haben hat will der mensch der mehr 98 98 98 ja vielleicht munition gewohnt da 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 alles aufgefüllt so war das beste so dann unbedingt kampf kein schwein mehr besser für mich sein können nicht mehr sparen aber ist alles bei denen hier da weiß man nie was einem so erwartet da ist mal bei der du truss mich ich treffe dich so 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 Was war das? und wo da hat's wohl gern son of a bitch doch könnte die serato schützen weint das schon hätte sie uns gedacht da ist einer ich habe doch mal eine gasmaske aufgesetzt super unsere erste eine unserer ersten und eine unserer ersten flaschen hurra und auch in den nächsten tunnel in den nächsten tunnel ein so das schafft ihr seid zum ehren super kann ich meine tnt wieder aufnehmen das ist das ist das ist ja nichts da, nicht ausstehen so schön liegen da, so wie es sich gehört mir gefallen die geräusche nicht so wirklich Aua ist doch weh da dürfte auch wehtun da komm auf probieren erstmal unbeirkt weiter und lass uns nicht abschrecken lassen uns nicht schlumpen hoch den humpel hm ob wir irgendwo was hm ja das ist doch erstmal wieder Gebietzone wahrscheinlich damit der Schädel überhaupt erst freigegeben wird so so muss er jetzt aber unseren Kronen schlagen so so jetzt kommen wir wieder weg so 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 Noch jemand, der die Flüge weggeblasen haben wird, wo muss der Scharfschutz jetzt? Oh, Deckung! Los, weg, 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 weg! So So Scheiße, Scharfschutz, ne? Oh 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 weg 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 da war der eine schluss hat noch gefehlt daher wäre auch nie gewesen die schar schützen da ist doch zum mäuse melken die penner so nummer eins wir waren 100 schützen ja dachte nur jetzt nicht nachladen sollen auf dem feld so so 90 munition und bitte das ist eine gute siegel jetzt mein preis welches auch besessen da sind vögel angeflogen verdammt die schädel umwandstation ich hab auch gar nicht gesehen es gibt keinen trennen noch kommen hätte aber auch zwei sehen können oder muss man zu haben sehe ich gerade außenuntergrund innenuntergrund hallo kapitel ende ein einzig gleich abgestoßen sein aber gerade ich hätte noch nichts vor allem schafft man nichts komplett mit dem neuen kapitel neue episode dann wollen wir noch zu ende episode 2 nächste folge komplett in der episode 2 und dann so muss er vollkommen um kümmern na wer setzt sich mir nicht so ein schiff ein schiff ein schiff ein schiff oh das hat aber weh so ich darf einfach behaupten jetzt so ist da überhaupt nicht hab 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 so ins auge so hier so einmal zweimal so einmal ich weiß noch was was nicht erwartet hier wenn du auf die reihe bringt hier zu treffen dann kann ich halt aber ich könnte mal gerade gucken nachladen nachladen auf jeden fall das erledigen schließe ich uns dann bestimmt nicht ja wie der geht diesmal ja mal eins ich weiß es ist ganz einfach der tue so letzter schuss erledigt so so he 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 bye bye balion der steuer hat den eigentlich meinst du meinst du ja mach mal die nächste folge ab und dann ist die gilt moin und einfach mal sagen schauen wir uns mal gerade die statistik an bester schuss 1000 1100 meter oder punktzahl 18 punkte 1000 spielte 90 minuten genauer von schluss mit 801 prozent so schlecht gesunde schussanfänger 800 1 40 meter schluss über fernrohr so ging in der wochen ok weiter geht es in meine nächste folge bis dahin ciao